Ja, hallo und willkommen bei eurem Review-Kanal. Hier gibt es täglich die besten Empfehlungen aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Mein Name ist Bernd und los geht's. Heute geht es um die für mich beste Kreditkarte, die derzeit in Deutschland erhältlich ist. Aus mehreren Gründen und zwar selbst diejenigen unter euch, die eine echte Kreditkarte wollen und leichte Probleme oder Dellen bei der Schufa haben, werden hier zu 90% angenommen. Wir sprechen hier über die gebührenfreie Mastercard Gold, also eine wirkliche Goldkarte und was das Wichtigste ist, keine Vorauszahlungen, kein Betrug, keine Nachnahmegebühren etc. Normalerweise wird die Karte geliefert mit einem Kreditrahmen von 1500 bis 5000 Euro, den man dann aber nach ca. 3 bis 4 Monaten weiter erhöhen kann. Okay, so, hier oben steht es nochmal. Nicht nur für Neukunden, sondern immer dauerhaft gratis. Man kann Bargeldabhebungen gebührenfrei in der ganzen Welt tätigen. 0% Einsatzgebühren weltweit. Ihr habt ein Zahlungsziel von bis zu 7 Wochen und das zinsfrei. Und natürlich 24,24 Kundenservice und dann noch ein paar Leckerlis wie Reisegutschriften oder 5% Rückvergütung bei Mietwagen. Okay, so und der Antrag ist ultra einfach. Einfach hier Anrede, Herr, Frau, Max, Muster, Nationalität, Ägypten meinetwegen, Postreitzahl, Ort, Straße, Nummer, muss allerdings in Deutschland sein. Dann geboren wann wie wo, warum, ja. Ja, Wohnsitz und E-Mail-Adresse, ja, ich will und fertig. Okay, so einfach ist das Ganze. Und den Link zum Antrag bekommt ihr direkt unterhalb des Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal liked und mir einen Daumen nach oben gebt. und dieses Video teilt. Auch ihr könnt mit der Weiterempfehlung der gebührenfreien Mastercard Gold Geld verdienen. Das werde ich euch dann näher erklären in der Beschreibung. Ja, bis dahin und alles Gute für euch. Bis zum nächsten Video. Euer Bernd.